Tagesbotschaft erhalten am 8. Juli 2018 in Bad Füßlau, Österreich, übermittelt von Maria Rose des Friedens an den Seher Bruder Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Ich komme an diesem Tag vom Himmel herab, um der Welt Frieden zu bringen und insbesondere um ihn in die Herzen derer zu legen, die ihn am meisten brauchen. Nach der bedeutenden Mission, die mein geliebter Sohn erfüllt hat, kommt nun eure himmlische Mutter, um die letzte Etappe der spirituellen Arbeit, die in den letzten Tagen hier in Österreich verrichtet wurde, zum Abschluss zu bringen. Das ist der Hauptgrund, warum der himmlische Vater mir die Erlaubnis erteilte, mit einigen himmlischen Chören nach Österreich herabzusteigen, um in den inneren Welten der Seelen bestimmte Attribute zu sehen, die ihnen in der nächsten Etappe der Menschheit auf geistiger Ebene helfen werden. So wird die Mutter Gottes und die ewige Jungfrau Maria heute nicht nur in euch als Seelen und Essenzen wirken, sondern sie wird auch im Kontext von ganz Osteuropa wirken. In diesem Sinne sind die Pilgerfahrt für den Frieden selbst, die besuchten Orte und Städte, ein Beweis für die Notwendigkeit der inneren und geistigen Hilfe, die tausenden von Seelen zuteil wird, unabhängig von deren Zugehörigkeit zum europäischen Kontinent oder anderen Gegenden wie Afrika oder dem Nahen Osten. Das spirituelle Wirken der Lichtherre der Mutter Gottes führt dazu, dass auf immer tiefer liegenden Ebenen des menschlichen Bewusstseins agiert und gehandelt wird. Und dies hat nicht nur Auswirkungen auf das planetarische Leben, sondern auch auf die Oberfläche des Planeten, wo immer weitreichendere Ereignisse ausgelöst werden, die der nächsten Stufe der heutigen Menschheit schaden würden. Wenn die göttlichen Boten verschiedene Nationen und Städte in diesem Fall in Europa besuchen, dient dies zur Verhinderung von Ereignissen und zur Abwendung unerwarteter Gefahren von der menschlichen Rasse. So empfängt jede Stadt, die von der Pilgerfahrt für den Frieden besucht wird, nicht nur den göttlichen Impuls des Gebets und der Musik, sondern es werden auch vergangene tiefliegende Aspekte von derselben spirituellen Hierarchie bearbeitet. Und in vielen der gegenwärtigen Fälle werden alle diese Aspekte gleichzeitig und nach ein und demselben Gesetz bearbeitet. Dem angewandten Gesetz der Erlösung, der Befreiung und der Barmherzigkeit. Jeder Aspekt, der direkt behandelt wird, ist vom Bewusstsein ausgehend mit einem Aspekt dieser Nation oder der Kultur dieses Volkes verbunden. Wie ihr in den letzten eineinhalb Monaten der Pilgerreise erleben durftet, hat die himmlische Hierarchie in Orten, Städten und Kulturen eingegriffen, die nicht im Plan der Göttlichkeit vorgesehen gewesen waren. Dies wurde allerdings erst durch das Bekenntnis von Seelen möglich, die ursprünglich Vertreter und Vertreterinnen dieser Nationen waren und an der Friedenskampagne teilgenommen haben. So wie auch Seelen aus anderen Nationen teilgenommen haben, die in europäischen Ländern leben und eine spirituelle Tür geöffnet haben, damit das Wirken und die göttliche Intervention, die durch diese Pilgerreise stattfindet, bis an diese Orte gelangen kann, wie auch im Fall von Köln in Deutschland. Im Sinne dieser Gesamtsicht streben wir als göttliche Boten der Liebe danach, dass all jene Teilnehmer dieses Werkes, die ihr vollständiges Bekenntnis bereits unter Beweis gestellt haben und auch diejenigen, die zum ersten Mal dazugestoßen sind, verstehen mögen, dass die Pilgerreise für den Frieden mehr ist als eine physische Reise durch die von der Hierarchie vorgegebenen Orte. Und dass die Antwort, vor allem die Liebe, der Glaube und das Vertrauen der Bietenden und frommen Herzen, dieses große operative Netzwerk von spiritueller und göttlicher Hilfe, das direkt vom Himmel kommt, um der Menschheit dieser Zeit zu helfen, stärken. Dieses unmittelbare Bekenntnis erschafft die Einheit in den Wesen und damit auch in der Menschheit. Möge dieses göttliche Wirken, das aus dem Himmel kommt, mit der Unterstützung aller weitergehen, damit mehr Nationen, Städte und Seelen von Gottes heilender Liebe berührt werden. Ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Es segnet euch, eure Mutter Maria, Rose des Friedens.